hallo leute und herzlich willkommen zurück zu fallout 4 in der letzten folge sind wir hier losgezogen wieder weg von sanctuary hills ich wollte eigentlich eine quest machen und zwar zu dieser komischen air force basis gehen zu der verlassenen wo sich wohl ein paar raider versteckt halten ich habe mich natürlich wieder von alles und jedem ablenken lassen und bin jetzt erstmal so ein bisschen durch den wald gestolpert und habe das ein oder andere gesehen und komischen schaltkreis unterbrecher oder so ich habe zwar mal gedrückt aber was letztlich dabei rauskam weiß ich ehrlich gesagt gar nicht aber cool war dass wir es mal gemacht haben so kotzwerf ist dabei genau wenn er die letzte folge nicht gesehen hat ich habe den hundi mal da gelassen den schranz und hat den kotzwerf mit na so was er sie macht die strahlung nichts aus dafür also wasserscheu das wiederum juckt mich nicht wirklich also gleicht sich wieder aus weil ich habe in der letzten folge muss von wegen hier er kann schön blöd rum labern wenn er immun ist gegen strahlung weil er einfach mal eine verdammte maschine ist das hier aus dass wir da irgendwas ab ach so das von weitem sah ist er aus wieso und keine ahnung sprengsatz oder so das ist ja bloß die die spitze von dem ab ja umgeworfenen baumstamm ok kannst nicht in diese richtung gehen wieso was ist denn in der richtung ende der karte oder was wollen wir mal speichern und gucken was passiert wenn ich weiter laufen will gar nichts unsichtbare grenze das ist schimmelig also das hätte man sicher anders lösen können bei den heutigen möglichkeiten naja egal scheiß drauf also da geht es nicht weiter ich habe gemerkt ich bin am rand der karte gewesen oh ja ich bin ganz am oberen ende gerade wenigstens sieht es aus da hinten als wäre da was oder würde es da noch weitergehen das heißt es will sich ganz verkackt ok ich sehe diese komische radarschüssel da muss ich hin aber ich habe da vorne drüben noch irgendwas leuchten sind da müssen auch häuser sein da gehört es da dazu scheint was extra zu sein roboter entsorgungsgelände ach das gut kurz wirft dann kannst du ja mitkommen ist ja genau der richtige mann dafür oder roboter also hier leuchtet mal gucken wann er sich beschwert ich kann durchlaufen echt jetzt naja erst wenigstens deaktiviert kann man da hinten irgendwie schade denn hätte ich gerne in meiner armee bei meiner armee ich habe noch nicht mal eine aber mit dem zusammen hätte ich eine armee eine zwei mann armee in dem fall ah hier wo fusionskern und eine schaltplatte okay das ist ja nicht wofür ich die dann brauche okay sonst liegt hier nichts mehr gut dann gehen wir mal gucken dann ist ja jemand zu hause pack mal die waffe mal weg das kommt meistens nicht so gut an bei den leuten und im waffen ziehen also waffen ziehen geht hier relativ schnell also da hast du jetzt keinen großen nachteil dadurch wenn du dich da schnell wehren musst jetzt kurz gucken hier vielleicht noch mehr kisten rumliegen aber sieht nicht danach aus gut ist da jemand drin komplett verlassen ja geil taschenuhr halt was für alte zeiten was machst du hier ist im prinzip eine professorische batterie hot rudder was kriege ich jetzt da dazu lackierung oha das heißt ich kann diesen ranzigen anzug dann so lackieren dass er vielleicht nicht mal ganz so ranzig aussieht das ist aber cool ach so nehmen so da wäre doch so ein terminal oh stimpack ganz wichtig warte mal ich geh mal ran die sichere art der roboter entsorgung seit 2053 band abspielen können wir aber machen wachbord aktivieren ich weiß ja nicht ob das so eine gute idee ist dieses holoband gehört zum kampfwächter prototyp mk4 zensiert ist nicht verantwortlich für sachschäden verletzungen oder todesfälle während des betriebs dieses prototyps falls sie kein mit glied von zensiert oder ein geschäftspartner des besitzers dieses prototyps zensiert sind müssen sie dieses holoband unverzüglich zerstören sowie die existenz des bandes oder des dazugehörigen prototypen leugnen ja jetzt warte mal jetzt mal nochmal schnell speichern weil nicht dass der jetzt dann hier wenn ich den jetzt aktiviere aus reiner neugier was ich definitiv tun werde dann hier vollkommen am rad dreht und mich dann klatscht so gehen wir nochmal da rein ja komm mal ein punkt informationen ach nee warte mal da war ich doch schon hierdurch werden der kampfwächter prototyp mk4 und alle derzeit geladenen systeme gebootet warnung dieser kampfwächter bot ist ein prototyp es wird nachdrücklich empfohlen alle tests in einem abgeschlossenen bereich durchzuführen laut der initiative für kampf prototyp systeme code bla 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 ist der aktuelle benutzer für eventuell auftretende vorfälle während des trainings verantwortlich boot sequenz fortführen ja boot sequenz bestätigt ja jetzt bin ich mal gespannt ey ich hör was oh es lebt ok ich weiß nicht ob das so eine gute idee war ok also irgendwie was kann denn die maus was der hilft mir ach du scheiße der pulverisiert hier ja alles ich guck dir jetzt einfach mal zu was er macht hier gab es keine aber das ist mal hier essen for free ne ach du scheiße die hat er ja ganz schön zerstückelt hier viel über ist von den vier ja nicht mehr so aber was genau tut er jetzt ja ist ja gut du wiederholst dich ziemlich oft kann das sein weiß ja nicht was er jetzt da noch machen will was kann ich jetzt am terminal machen kann ich das band mitnehmen ok jetzt habe ich das holoband mal mitgenommen vielleicht kann ich das bei mir irgendwo benutzen oder so das hat das hat keine Einmischung in unserer Sicherheits-Omeration geduldet ah das ist ein cooler Robo den wenn ich könnte ich würde kurz vor sofort weg geben für das Vieh ey der kann wenigstens hier ne ordentlich Junge so richtig draufhauen das nehmen wir auch noch mit ja gut aber der dürfte ja jetzt hier bleiben an dem Ort ne ahja da habe ich es jetzt hier Roboter Entsorgungsgelände gut dann machen wir nochmal ein Quicksave und stolzieren mal weiter Richtung eigentliches Ziel sonst wird das nichts mehr in diesem Leben was Herzblume ne Hubblume ahja naja Herzblume Hubblume ganz ehrlich ist doch dasselbe ich sehe die gar nicht ich klicke einfach drauf weil da steht ich kann was aufheben keine Ahnung ich habe die Blume bisher nicht gesehen zweimal schon jetzt was ist das? oh gar nichts ja cool was ist denn da los? wat? oh mein Gott ne mutierte Kuh ne oi 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 leicht mutiert he oh noch mehr.... ach du scheisse ne Hirschkuh ist es keine normale Kuh Gott, ich bin nicht so blöd, ey. Ich hab das aber auch von Weitem nicht richtig erkennen können. Ein bisschen dunkel ist es ja noch. Okay. Interessante Kreation. Also, ob die Simpsons da noch weiter mithalten können mit ihrem Blinky? Äh. Ja, gut, dann lässt er mich halt nichts töten. Das ist auch okay. Hä? Ach, da! Oh Gott, ich seh die Gegner schon nicht mehr. Was ist denn los? Noch mehr oder was? Nee. Okay. Was haben wir denn hier rechts noch? Keine Ahnung, ne? Oder gehört das auch zum Schrottplatz? Ach, egal. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Oh, der Roffelkopter ist wohl, äh... Schrott. Also, das ist eher ein Schrottelkopter. Äh... Okay. Nö. Oh, nochmal so viel. Juhu! Äh. Boah, jetzt wird's wild. Die Sprüche sind ja so grottenschlecht. Macht doch gleich Jägermeister-Werbung. Oh, ich hab sie geköpft. Ich war's nicht. Außerdem nicht schlimm, du hast ja noch einen Kopf. Andere Viecher kommen auch mit deinem Kopf, klar. Da musst du dich halt anpassen, du blödes Kackvieh. Jetzt wird's aber relativ fix wieder hell, finde ich. Das hat sich zwar schon so ein bisschen ange... Oh. Hat sich zwar schon angekündigt, aber jetzt das letzte bisschen... Puff, hell. Aha. Im Wasser, oder was? Äh. Okay, die Raider haben wohl sichtlich Probleme mit den Viechern. Die werden auch von denen angegriffen. Ah, was? Ja, Hauptsache erstmal auf mich schießen, ey. Ja, danke auch. Bäm. Kopf geplatzt. Wuhu. Bitches. Und auch tot. Ich muss sagen, bisher... Gut. Wie gesagt, es ist halt der normale Spielmodus. Und es ist auch, glaube ich, auf normaler Schwierigkeit. Aber bisher machen wir jetzt die Kämpfe nicht so die Probleme. Nein, ich will jetzt nicht spontan hochstellen. Schminkt euch das ab. Okay, da war ein relativ aufgewertetes Item, so wie ich das gesehen habe. Ich glaube, die mit dem Plus, die haben noch Upgrades drin. Oder sind... Beziehungsweise, ja, wie soll ich das sagen? Die sind halt etwas besser als die normale Ausführung von den Dingern, glaube ich. Kann man das... Was? Nein, ich will jetzt... Abbrechen. Geh weg da. Geh weg da. Kann man das vergleichen? Mit einem gut gerollten Item in Diablo vielleicht. Oh. Da geht's rein. Ah, und da hätte ich sogar reingehen müssen. Toll, dass mir das auffällt. Äh. Okay. Jetzt kurz gucken. Ja gut, Invega-Kapazität haben wir noch gut. Ah, ich glaube, ich will... Warte mal, nee, 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 nee. Ich gehe jetzt nochmal raus, sonst vergesse ich das Plündern bloß. Dann gehen wir erstmal die oberen Ränge ab. Gerade die Leiter hoch oder die Treppe hoch. Und dann über diesen komischen Steg, der da oben rum geht. Vielleicht findet man ja noch was Tolles außen. Weil wenn ich da einmal drin bin und da... Oh, da war auch schon ein paar Jährchen her kurz. Das musst du auch mit erwähnen. Du könntest einfach so pennen. Einfach mal so. Alles klar. Ich glaube, da muss ich hoch. Ja, genau. Oh. Ha. Ja. Frei nach den Menschenarbeiter, den Warcraft 3. Das war's. Ich bin tot. Mein, hey. Kein Kopf mehr drauf. Das ist zwar blöd, aber... Nackt. Ha. Baseball-Handschuh. Wat? Minderwertige Qualität. Okay. Das Zeug fällt um, wenn man schon anpupst. Wäre wieder was für Manu. Ahem. Keine Details. Okay, von weitem sah das irgendwie ein bisschen komplexer aus mit dem Rang da oben. Aber so gar nichts. Aber warte mal, ich kann das... Schade, dass diese Technologie eine verlobengegangene Kunst ist. Wenn ich da oben schon mal bin, dann gucke ich mich natürlich mal ein bisschen um. Oh. Passt das von der Richtung? Ja. Ganz da hinten sehen wir, glaube ich, Diamond City. Das müsste das sein. Ah, da sieht man diese Silos, diese Fabrikgebäude. Was auch immer. Also, das sieht echt geil aus, wenn du hier so die Gegend überblickst. Also, wirklich richtig krass. Vor allem, wie weit. Also, was sie engine-technisch hier gemacht haben, ist krass. Also, da haben sie sich wirklich sehr an Skyrim orientiert. Hier kannst du echt übelst weit gucken. Kranker Scheiß. Ich denke mal, da runter gehen, das hebe ich mir für die nächste Folge auf. Jetzt gehe ich hier nochmal ganz kurz was gucken, aber wir werden dann gleich Ende machen. Dann denke ich mal, sind wir langsam wieder eben, was die Folgenlänge angeht. Damit der ein oder andere, der vielleicht ein bisschen hinterherhängt, auch mal eine Chance hat, wieder aufzuholen. Oder wenn einer mal Bock hat, einfach ein anderes Video von mir zu gucken. Gibt ja genug. Selbst die alten Videos, ich sag's euch nur, schaut rein, es lohnt sich. Ich muss das sagen, ich weiß. Keine Ahnung, wenn ihr auf so Survival-Zeug steht, gebt euch doch mal mein Let's Play von State of Decay. Da habe ich auch mehrere Spielmodi gezockt, ne. Das ist im Prinzip das, was The Walking Dead am nähersten kommt, glaube ich, was das Spielerlebnis angeht. Übelst spannendes Spiel gewesen. Ist aber noch mit einem alten Mikro, also nicht wundern. Die Sprachqualität ist vielleicht nicht so... Wow. Äh. Hallo, hör auf damit. Nein. Ah. Ja. Gut. Geht doch. Wo war ich? Ach ja. War noch so ein billiges, altes Logitech-Headset, mit dem ich da aufgenommen habe. Da ist die Sprachqualität leider nicht so besonders. Aber an sich... Könnt es euch gefallen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist halt schon länger raus. Das ist echt bald zwei Jahre her, dass ich das hochgeladen habe. Ich glaube, das war... Eins meiner ersten größeren Projekte, sagen wir mal. Und, äh, das hat mich übelst gefesselt. Gibt ein Remake davon, das habe ich mir schon geholt. Da wird eines Tages auch ein Let's Play kommen, weil da gibt es so eine Art, ja... Sandbox-Modus, Endlos-Modus. Wo dann wirklich das Spiel so lange geht, bis die Zombies dich haben. Da hast du eine Gruppe von Überlebenden und mit der musst du dann praktisch gucken, wie du durchkommst. Neue Leute finden, Konflikte mit anderen Menschen natürlich und jede Menge Zombies. Oh, was ist hier noch? So eine Ruine? Was ist das so eine... Ach nee, war das ein Highway? Sieht gerade so aus, oder? Ja, wie gesagt, Tonung auf wahr. Viel über ist davon nicht mehr. So, was haben wir hier noch? Oh. Oh, jetzt habe ich aus Versehen die Siedlung gefunden, zu der ich als nächstes hingehen wollte. Ja gut. Gehen wir halt wieder. Nö, dann gehen wir erstmal wieder, weil ich habe keine Lust, da als irgendwelche Gespräche anzufangen oder irgendwelche Sequenzen einzuleiten. Echt, so weit? Tatsache, ey. Das ist krass. Äh. Was bist du? Aha. Ah ja. Ein Augenbot. Okay, das ist einfach nur ein Radio, was durch die Gegend fliegt. Ach guck mal, da sind sogar Züge. Wie geht's? Und seine blöde Werbung kann er sich schenken, ey. Ich werde nicht bei dem anfangen. Vielleicht schon, dass ich so gesehen zwei Jobs habe, ne? Meinen richtigen, in Anführungsstrichen, und YouTube. Ja, ist schon bitter, ne? Der eine macht keinen Spaß, und der andere wird schlecht bezahlt. Und der erste, der macht nicht nur keinen Spaß, sondern hält mich auch vom anderen ab. Aber so ist das Leben. Irgendwie muss man den Quatsch ja finanzieren. Jetzt bleibt doch mal stehen, Mann. Alter, wie stark. Scheiße, 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 scheiße. Schrotflinte, schrotflinte. Voll verschielt, ey. Tot. Echt jetzt? Also, ich finde das jetzt nicht so geil. Wobei es ja mir... Das sah so von der Animation her viel heftiger aus. Viel Schaden haben sie mir jetzt nicht gemacht, ne? Oh. Äh. Okay. Den hat er mal leicht zerstampft. Und zerflattert. War ich hier schon? Blickt es echt hinten und vorne nicht mehr? Ja, gut. Bedient euch, ne? Kühlschrank ist auf. Hm, hm, hm. Ne, hier ist nichts mehr. Gut, dann laufen wir noch hoch. Aber ich würde sagen, das war es dann für heute, Leute. Vielleicht merkt ihr es auch ein bisschen. Ich bin etwas manschig in der Birne. Vom Arbeiten natürlich auch. Und jetzt habe ich mit dieser Folge hier jetzt die vierte, glaube ich, am Stück aufgenommen oder so. Irgendwann ist es auch mal wieder gut. Das werde ich jetzt erstmal noch so stehen lassen. Was hier passiert, sehen wir dann in der nächsten Folge. Dass nichts weiter passiert, ohne dass ich was dafür tun kann. Werde ich es jetzt kurz pausieren. Ich sage euch danke, dass ihr dabei wart. Und, äh, ja, lasst mir eine Bewertung da. Schreibt was rein, wenn euch was einfällt. Und, wie gesagt, wenn es gefällt, Daumen hoch, teilen, weitergeben und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Und, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.